Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Rath. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 65 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 795 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017